Wer noch nicht in Stimmung ist, dann vielleicht jetzt. Drei, zwei, eins, Stichtag! Hi und willkommen bei mir zu Hause. Gestern hatte Tanja ja Geburtstag und ich habe lange überlegt, was wohl das perfekte Geschenk für Tanja ist. Und da ist mir die Idee mit der Kissenhülle gekommen. Ich sage euch auch gleich warum. Aber hey, sieht das Kissen nicht absolut genial aus? Und wenn ihr neu hier auf meinem Kanal seid, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst auch nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn es hier auf dem Kanal ein neues Video gibt. Und das passiert ein paar Mal unter der Woche. Tanja hat ja selber schon ein Video rausgebracht, Pimp my Kissen. Ich verlinke euch das hier oben mal bei dem i. Und alle Kissenmodelle, die sie euch da in dem Video gezeigt hat, die benutzt sie auch. Also die stehen wirklich bei ihr rum. Und sie hat mir mal gesagt, sie möchte gerne später im Esszimmer viele verschiedene Kissen haben, die auch durchaus eine Geschichte erzählen können. Naja, und da bin ich auf die Suche gegangen nach einem tollen Stoff. Und da ist mir dieses tolle Paneel hier über den Weg gelaufen. Auf der Rückseite auch so richtig schön kitschig Gold verspielt. Aber darauf steht ja Tanja. Und das Kissen hat noch eine Besonderheit. Und zwar seht ihr ja hier, habe ich mit Knöpfen eine Kette aufgenäht. Und tatsächlich das erste Geschenk, welches ich Tanja gemacht habe, war eine Knopfkette. Also wenn das nicht wirklich ein Kissen mit Geschichte ist. Was man auf den ersten Blick nicht ganz so sieht, aber dieses Kissen hat noch eine Besonderheit. Und zwar habe ich die Idee von der lieben Heike von Nähmaschinenfunk. Sie ist nämlich auch so eine von Ideen sprudelnde Person, bei der man sich wirklich absolut viele Inspirationen holen kann. Ich habe nämlich zum einen das schöne Paneel, den wunderschönen Brokatstoff, den ich hier auf der Rückseite verwendet habe. Auch den Reißverschluss und die Knöpfe von ihr. Und auf jeden Fall hatte sie da auch ein Kissen stehen und da war so ein 3D-Effekt drauf. Und das fand ich so genial, dass ich das hier bei dem Kissen auch umgesetzt habe. Ich habe dieses Jahr ja auch schon ein Kissenvideo gedreht. Und dabei sind die zwei knallebunten Exemplare entstanden. Und zwar habe ich hier noch eine Paspel- oder Bommelbohrte einmal komplett drumherum angenäht. Also auch hier unten beim Reißverschluss. Und der Reißverschluss ist dabei auch noch gleichzeitig so versteckelt. Das könnt ihr bei dem Modell natürlich auch noch zusätzlich mit einnähen. Ich verlinke euch das Video mal hier oben bei dem i. Ich habe die Vorderseite einfach mit der Style-Phil-Flieseline verstärkt. Das ist ja diese dicke Schaumstoffeinlage. Und dann nur so ein paar Details abgesteppt. Und somit sind halt diese Sachen so leicht hervorgehoben von dem Muster. Wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Und wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt dort im Video gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Mein Paneel hat die perfekte Größe gehabt für ein 45 x 45 cm großes Kissen. Das heißt, ich brauchte da gar nichts mehr großartig zuschneiden. Nur noch für die Rückseite den Stoff. Und da habe ich mein Paneel als Schablone benutzt. Ich habe mir ein größeres Stück Style-Phil-Flieseline genommen und dann das Paneel mit der rechten Seite nach oben auf die Flieseline draufgelegt. Und dann mit ein paar Stecknadeln festgesteckt, so dass ich dann halt hinterher beim Absteppen nichts verziehen kann. Ich habe auch hier für das Absteppen wieder eine Universalnadel genommen, meinen geliebten Teflonfuß und eine Stichlänge von 2,5 eingestellt. Und dann alles das abgesteppt, was ich halt gerne hervorheben möchte. Das kann durchaus ein bisschen fummelig sein, aber nichts, was nicht jeder hinbekommen kann. Mein Paneel hat so einen 2 cm Rand, an dem kein Muster aufgedruckt ist. Und auf diesem 2 cm Rand habe ich einmal komplett drum herum genäht und somit nochmal das Paneel am Rand mit der Flieseline verbunden. Die Flieseline dann knapp an der Naht entlang abschneiden, so dass dann hinterher, wenn wir das Kissen zusammennähen, nichts von der Style-Phil-Flieseline mit in die Naht reinkommt. Da mein Stoff für die Rückseite so stark ausfranst, habe ich mir den vorher mit meiner Overlock versäubert. Dann werden beide Stoffe mit den rechten Seiten aufeinander gelegt. Und an der Unterkante setze ich mir dann 3 cm vom Schaumstoff-Nahtrand, was ein Wort, eine Markierung, auf der linken wie auf der rechten Seite. Und dann werden nur diese paar Zentimeter an der Unterkante auf der linken und rechten Seite festgenäht. Die drei anderen Seiten und das große Loch unten in der Mitte, das bleibt erstmal auf. Mein Reißverschluss ist etwas länger als die Aussparung, die ich mir gelassen habe. Und damit mir der Reißverschluss später nicht einfach aufgeht, habe ich mit Nadel und Faden über beide Enden der Reißverschlussraupe so ein paar Mal drüber genäht. Man kann das natürlich auch mit der Maschine machen. Aber ich finde, wenn man ein paar Mal über die Raupe hin und her näht, da kann es doch schon mal passieren, dass die Nadel da so ein paar Schwierigkeiten hat. Und bevor ich mir die Nadel abbreche oder die Maschine kaputt mache, nehme ich dadurch lieber Nadel und Faden. Nun lege ich den Reißverschluss mit den Zähnchen nach unten an die Unterkante von der Kissenhülle an. Also da, wo ich gerade die beiden Stoffteile an den Rändern etwas zusammengenäht habe. Den Reißverschluss mittig positionieren und so, dass der Reißverschlussrand mit dem Stoffrand bündig aufeinander liegt. Und dann wird nur die eine Reißverschlusshälfte an dieser einen Stoffseite vom Anfang bis zum Ende am besten auch mit einem Reißverschlussfüßchen festgenäht. Den Reißverschluss dann einmal aufmachen und die Reißverschlusskante dann an die gegenüberliegende Stoffseite an die Stoffkante bündig anlegen, feststecken und auch auf dieser Seite den Reißverschluss und den Stoff am besten mit einem Reißverschlussfüßchen vom Anfang bis zum Ende zusammennähen. Und ganz wichtig daran denken, den Reißverschluss aufzulassen. Nun darauf achten, dass beide Stoffe überall schön bündig mit den rechten Seiten aufeinander liegen und dann die übrigen drei Seiten mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter. Bei mir ist es etwas mehr, weil ja auf meinem Paneel so ein 2 cm Rand war. Aber das kommt ja darauf an, was für einen Stoff ihr habt. Auf jeden Fall an den übrigen drei Seiten komplett zusammennähen. Nun kann einmal gewendet werden und dann kommt nochmal Nadel und Faden zum Einsatz. Ich habe dann erstmal probiert, wie ich gerne die Knöpfe angeordnet haben möchte. Und mir dann einfach mit einem Trickmarker Markierungen gesetzt. Und dann jeden Knopf festgenäht. Und darauf achten, dass ihr das auch wirklich nur an der Vorderseite festnäht. Wenn ihr Vorder- und Rückseite zusammennäht, da passt ja später kein Kissen mehr rein. Man könnte die Knöpfe schon vor dem Zusammennähen natürlich da aufnähen, wo man sie gerne haben möchte. Aber einige meiner Knöpfe tragen doch sehr auf. Und da wollte ich halt nicht, wenn ich das Ganze dann unter der Nähmaschine habe, dass das dann da irgendwie knubbelt oder ich da dagegen komme. Und dann braucht das Kissen nur noch befüllt zu werden. Und ein neues kunterbuntes Unikat ist fertig. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon auf ihr Gesicht, wenn sie dann das Geschenk auspacken kann. Und jetzt, wo das Video hier rauskommt, ist es auch nur noch einen Tag. Morgen ist der Stichtag 2.0. Es ist Wahnsinn, wie schnell doch jetzt zum Schluss noch die Arbeit rumgegangen ist. Und wir freuen uns einfach nur riesig, wenn es dann wieder heißt. 3, 2, 1, Stichtag. So, und weil da noch wirklich viel zu tun ist, weil für mich ist es ja noch gar nicht der Freitag vor dem Stichtag, sondern noch ein bisschen früher. Und es sind noch einige Sachen zu erledigen. Machen wir jetzt auch Schluss hier. Wenn ihr gerne noch eine andere Nähinspiration möchtet, könnt ihr auch gerne noch mal hier in das Video reinschauen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.